...verbrauchbar mit deren Codec. Das verbraucht ja so viel Speicherplatz, ja, das geht gar nicht. Und vielleicht kommt die nächste Folge auch mit 60 FPS, muss ich schauen. Weil bislang habe ich davon nicht so viel gehalten, weil... Ja, weil... Warum? Ja, weil es gibt immer noch Menschen, die ein schlechtes Internet haben und... ...die können das Video dann nicht gucken, außer sie gucken, nimm dann Firefox oder Internet Explorer. Äh, ein bisschen zu weit, ein bisschen zu... Was? Hä? Hä?